hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play the hunter ja also ich habe mal ein bisschen neues setup gewählt also hier wir wollen fasanjagen also hier habe ich meine schöne einzelschussflinte dann haben wir hier ein 20er kliber gewehr und einen neuen freund er kommt das ist ein hund ja er ist gewissig und der hunter die auf fasanheit am klingen als er mit hinten egal es ist mein hund und wir gehen einfach mal fasanjagen wir sagen ich habe noch kurz meine tasen so sieht es aus der hund hat nur dieses halsband bekleidung ist so und der rest ist so also mal ganz so viel mitgenommen aber egal tschüss und tschüss heute leute leute auf jeden fall bis gleich wenn was passiert und naja hoffentlich verscheute und nicht alles weil er ist auch level 0 glaube ich oder level 1 haben noch nicht gelovellt deshalb naja wenn was passiert seid ihr wieder dabei ciao so ich habe jetzt einen fasanjagen gehört und habe mich auch schon gedruckt der ist davor da muss ich ganz kurz mal einen Punkt setzen auf dem Feld dass ich mir ungefähr merken kann wo ich glaube da das fällt da dann werden wir jetzt ganz ganz kurz hingehen und das finde ich jetzt in augen verlieren nicht dass das das ist richtig naja ich hab's nicht gemacht wird der sind viele versagen es ist gut leute das ist ziemlich gut und der hund hält sich auch in grenzen gut wenn man nicht mal so ein bisschen aktiv oder zu aktiv vorsichtiger anleger wenn ihr mit der hoch auf die kante gucken ist ob wir hier irgendwo was sehen also am besten wäre es wenn man dann ein bisschen sichtschuss hätten hier ist ja noch nichts zu sein weil ich habe angst wenn ich mal auch mit dass er das ist also das gewähr hier das ist sehr sehr leise also es ist wie so ein luftgewehr bloß halt es ist kein luftgewehr es gibt ein kleinkerio irgendwie der verbiert geräuschlosheit als diese eine Pistole mit schallend dann wird bloß noch krasser er ist ja ich meine hohe zu finden okay also echt viele oh ich hab's einfach zweimal den gleichen mit es auch passen ist das ist wirklich nur ein Stein oder so und irgendwas anderes wenn ich ansässig um was in den Weg laufe vorsichtshalber habe ich auch in der Flinte schon mal äh bock munition hat nächsten kein bock munition äh kein blösen wie es heißt äh finden auf so lange kein der hunter gespielt hoffentlich da oben was fliegt oder keiner da gänzelt da muss ich mir unbedingt mal grip für uns muss auch mal jagen können und meine freunde suchen die dafür quip haben ja gut dann wollen wir hoffen dass wir sowas finden und der hund der sollte sich auch mal bitte wo ist Andi okay abhörst uns vorsicht hinterher sich gut über uns sind sie sind drüber geflogen die schatten seien etwas sehr eigenartig also egal okay da oben sind sie jetzt halt irgendwo ich weiß nicht ich kenne nicht okay es war schon dann hier als gehört das nicht hört man auf jetzt ist hier mal was sehr und und bleibt ich habe mich jetzt nicht ans aufgeschöpft das wäre nicht so toll aber ich hoffe dass hier drüben noch welche zu finden sind gehört da ist einer weiter hinten ist einer dafür diese war wie das ideale objekt ich sehe denn da hinten und wir sehen ja du sollst bleiben du köter ja ist es genau mir ja Türen scheiß okay habe ich noch getroffen oder nicht da vorne fliegt er ich habe ihn vorne landen gesehen dann landet er wenn der mal wüsste was wir hier für eine Waffe haben okay das ist gerade echt sehr stark vereinfachtes hier oh ich mag das Ding okay jetzt versuchen wir mal Mensch oh komm mal komm wir mal noch ein Stück hier schaffst du es jetzt fast Anni erreicht er wird zwei also Anni heißt der Hund was ich noch nicht gesagt habe aber wenn jemand daher vielleicht findet er ein und er hat ihn oh das ist ja toll ey guck dir das mal an der Frieden riecht zurück ja so kann ich ihn zurück ja klar so dann kannst du gleich nochmal dann was ich hab ich sehe ihn selbst an Durchhaltevermögen ja super er ist schon da mit 3 ernsthaft das geht ein bisschen sehr schnell ja alle komm ey es bin ich richtig krass also was hast du dich gerade so richtig richtig toll so toll ja würde ich sagen Andi und ich wir gehen jetzt ein bisschen weiter jagen aber das war's für diese Folge tschüss und bis zur nächsten Folge wenn ihr mehr ein bisschen vorgejagt sehen wollt dann schreibt es in die Kommentare wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da oben da wer es noch nicht getan hat abonnieren und tschüss und bis zur nächsten Folge Let's play der Hunter